Jetzt schau ich mir, jetzt lasse ich das einfach durchrennen. Genau. Und dann schau ich mir das an. Der sieht mich nämlich eh nicht, der schaut eh nur ein Mirschi. So Kelpie, mit scherzer Kelpie, das ich fotografieren will. Immer bis ins ganze Sonne. Die sind so super scharf, so scharf sie sind. Die sind so super scharf.